Kommen wir zur Innenpolitik, denn heute befasst sich der Bundestag mit den Beschlüssen zur Migrationspolitik von Bund und Ländern. In einer von der Unionsfraktion beantragten Aktuellen Stunde debattieren die Abgeordneten über Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Zuwanderung. Die von Kanzler Scholz mit dem Ministerpräsidenten ausgehandelten Maßnahmen stoßen auf ein geteiltes Echo. Zustimmung kommt vor allem aus den Reihen der Ampelkoalition. CDU-Parteichef Friedrich Merz dagegen kritisierte die Einigung und sagte, er bezweifle, dass dadurch künftig weniger Asylbewerber nach Deutschland kämen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.